Es war in der dunklen Zeit der neoliberalen kapitalistischen Ära dieser Welt, als schicksalshafte Worte durch den Äther und die Reichte des Chaos halten. Worte so bedeutsam für eine Entität namens Creative Assembly, dass sich diese Firma geschlagen geben musste. Getreten und erniedrigt, von jeder, naja zumindest von ein wenig Auganz befreit. Es waren die Zeiten eines großen Walks der Gamer gegen Creative Assembly. Und die Gamer haben gewonnen. Doch war es tatsächlich der Krieg oder nur eine Schlacht, die hier gewonnen worden ist? Wir schreiben das Jahr 2023 in den Kammern der schrecklichsten CEOs von Creative Assembly. Und anwesend war wohl auch Slanesh. Denn es kann sich nur um chaotische Missetaten gehandelt haben, die zu der Entscheidung geführt hatte, die Preise für immer schlechter werdende DLCs für Total War, Warhammer 3 zu erhöhen. Mit ihrem diabolischen Grinsen hat Slanesh sicherlich daneben gesessen und alles, was danach kam, wurde mit tiefer und perverser Freude aufgenommen. Aber wo lag das Problem? Inflation, Inseln in der Karibik und höhere Heizkosten treiben eben auch CEOs an den Rande des Bankrotts. Da ist eine Preiserhöhung doch verständlich, oder? Die Preiserhöhung kam und der DLC wurde veröffentlicht. Und sagen wir mal, Slanesh hätte das Ganze nicht besser planen können. Denn die Resonanz war, sagen wir, wie die Verteidigung gegen eine Endgame-Krise auf 1000% in Total War, Warhammer 3. Schwierig. Wer vor dem Chaos versucht wurde und der Versuchung nachgegeben hat, wird natürlich nicht die logische Problemanalyse betreiben und seinen Konsumenten gegenüber mit freundlichen, logischen oder gar entschuldigenden Argumenten kommen. Vielmehr nehmen sie die Mutation ihres Selbst in Kauf und gehen in die Gegenoffensive. Denn wie konnten Menschen, die an der Spitze einer großen Firma sitzen, auch jemals fehlen? War es nicht so, dass die höheren Kreise des Chaos immer überlegen gegen die niedrigeren waren? Ja, natürlich. Und deswegen kam eine frustrierte, herabwürdigende und gegen jegliche neoliberalistische Idee der Profitmaximierung ankämpfende Nachricht. Nein, nein. Nicht die. Auch wenn die eher nicht dämlich war. Sondern... Und die Reaktion war natürlich umso drastischer. Der Shitstorm eskalierte immer mehr. Solche Aussagen führen berechtigterweise zu einer Gegenreaktion. Und das kann man auf verschiedenen Ebenen verstehen. Zum Beispiel der psychologischen Ebene. Kein Mensch reagiert auf eine derart überhebliche und von oben herab getätigte Aussage, die inhaltlich nur von einer privilegierten Gruppe von Elfenbeintombewohnern, ja, ihr seid gemeint, ihr bösen Hochelfen, getätigt werden konnte, mit Verständnis oder ohne Trotz. Aber zweitens ist für mich viel wichtiger. Wir reden von einer Firma, die Produkte an Konsumenten veräußert und durch die Wirkung des Chaos nicht realisiert, dass das bedeutet, dass sie ein Guthaben, das nur relevant ist, wenn es eine Nachfrage dafür gibt. Das ist also so, als wenn ein Produkt bei Amazon mit einem Stern bewertet wird und der Produzent dann mit, das Recht, mein Produkt zu bewerten, ist ein Privileg, antwortet. Nein, keinesfalls. Es ist ein Spiegel deines Produktes. Und da setzen wir jetzt richtig an. Jetzt höre ich die CA-Fans schreien. Omni, wie kannst du nur? Es sind doch nur ein paar Trolle, die so reagiert haben. Und das ist schon beweisbar falsch in meinen Augen, aber dazu komme ich dann später. Wichtiger ist für mich, auch bezogen auf die Videos, die ich zu dem Thema in letzter Zeit herausgebracht habe, hier die Playlist, schaut sie euch gerne an, gebt dem alten EA-Video ein wenig Liebe, bitte, bitte, liked und abonniert direkt. Dankeschön. Dass der Shitstorm nicht nur von 5 Euro mehr für ein DLC abhängig war. Auch nicht davon, dass der DLC einfach nicht viel Inhalte hatte. Das Problem ist doch viel weichtreichender. Denn Sanesh saß in der Kammer der CEOs von Creative Assembly schon seit Jahren, hackte diesen niederträchtigen Plan lange aus und erst mit diesem Shitstorm erntete das übernatürliche Wesen seine Früchte. Denn die Qualität bei Creative Assembly hat seit einem Jahrzehnt, wenn nicht noch länger, abgenommen. Das Ganze begann schon bei Total War Rome 2 mit seinem katastrophalen Release, der von KI und Spielfehlern übersät war. Schon da regte sich das Imperium der Gamer und verlangte Besserung. Schalt CA für seine pompösen Ankündigungen und der erbärmlichen Performance, die darauf folgte. Das zeigen diese Clips mal ein bisschen zusammengefasst. Und Rome 2 war ja nun die Spitze des Eisberges. Es war ja nach Fixes ein gutes Spiel, in dem ich auch hunderte Stunden, vor allem mit Mods, die wieder in Emperor, Verscan verbracht habe. Aber die Mechaniken, die zu Recht kritisiert wurden, wurden auch in den nächsten Spielen übernommen. Creative Assembly hat also ganz bewusst seine Scheuklappen angezogen, um Sanesh gefällig zu sein und weiter die Linie zu fahren, die sie eingeschlagen hatten. Jedes weitere Spiel wurde auf der strategischen Karte weiter eingestampft und die Kämpfe wurden einfacher bzw. immer ähnlicher. Natürlich waren es alles trotzdem gute Spiele irgendwo, wie zum Beispiel Three Kingdoms, aber jeder normale Gamer des Imperiums hatte doch irgendwann dieses Gefühl, das Ganze schon mal gesehen zu haben. Nichts Neues geboten zu bekommen, aber immer mehr Blattengore oder einzelne Fraktions-DLCs bezahlen zu müssen, die offensichtlich vor dem Release bereits fertiggestellt worden waren. Es gab schon früh diese lächerlichen Pre-Order-DLC, die den Unmut schürten. Und deshalb komme ich auf euch zurück, die kritisch mit meinem Geschwafel umgehen. Es waren keine Trolls. Es waren Gamer, die über ein Jahrzehnt und mehr eine geliebte Firma verfolgt haben, treu ihre Spiele gekauft haben und deren berechte Kritik immer wieder übergangen worden war. Diese Reaktion auf ein Statement, das derart frech und von neoliberalistischer, privilegierter Sichtweise geprägt war, war einfach das natürliche Resultat von aufgestaurter Frustration. Und ich bin ehrlich, ich kann das nachvollziehen. Auch wenn ich selber nur am Rande stand und dachte, das musste ja irgendwann so kommen. Bevor ich mich jetzt in meiner anekdotischen Evidenz verliere, wie ein Philosoph sich über die Herrlichkeit Siegmanns verliert, gehen wir aber erst mal darauf ein, wieso es so lange dauert, bis der Shitstorm in diese massiven Form kam. Eine kühne Behauptung, aber ich lebe halt immer am Rande des Wahnsinns. Naja, so krass ist diese Aufsage einfach nicht. Ich glaube, dass die meisten von euch relativ einfach nachvollziehen können, was ich hier meine. Denn Warhammer Total War hat Creative Assembly wieder einen massiven Aufschwung gebracht. Das lag aber nicht an krassen, dynamischen und modernen Neuerungen, die Creative Assembly in der Entwicklung hatte. Das System baute noch immer auf dem von Rome 2s mechanischen Gerüst auf und hatte nach wie vor die gleichen haarsträubenden Dinge, die mich als Spieler öfter zum Kopfschütteln brachten oder frustrierten. Was das Spiel aber genial machte, war die unglaubliche Vielfalt an Völkern, Einheiten und die Story, die Warhammer als eine der ältesten Fantasy-Franchises mit sich brachte. In dem Sinne war Siegmann also mit Creative Assembly, denn sie erschlossen damit einen gigantischen Markt und ein riesiges neues Publikum. Da war auch auf jeden Fall ein engagierter und schlauer Kapitalist an dieser Entscheidung beteiligt. Das kann man denen so lassen. Ich war sehr skeptisch und konnte mir auch nie mehr als eine ausgedehnte Runde am Stück geben, aber spätestens mit dem Immortal Empires Update durch Warhammer 2 war auch ich durch den immensen Wiederspielwert gehuckt. Aber Omni, das hört sich doch super für alle Beteiligten an. Wieso sagst du dann, leider hat es das gerettet, höre ich euch liebevoll säuseln. Lasst mich erklären, oh Mitbürger des von Sigmar gesegneten Imperiums. Das leider hat natürlich eine reißerische Komponente, um euch ein bisschen zu triggern, so ehrlich bin ich natürlich, aber es hat auch eine logische Komponente. Denn wäre die Lizenz von Warhammer nicht gewesen, dann behaupte ich, hätte Creative Assembly sicherlich schon 2016 oder 2017 mit dem nächsten gleichwirkenden historischen Ableger weniger Profit gemacht. Creative Assembly hätte also umdenken müssen, neue Wege im strategischen und mechanischen Design einschlagen müssen, der fundamentaler war als bei Warhammer Total War, wo die Entscheidung im Empire Building sich ungefähr so anfühlte, als wenn man mit Lego einen Eimer 1-Zurm aufbaut. Will heißen, die Entscheidungsfreiheit und Trächtigkeit ist extrem gering geworden. Vielleicht wäre es auch schon zu einem Shitstorm oder irgendetwas in der Art gekommen. So aber staute sich die Stagnation im Gamedesign genauso auf wie die Frustration der Gamer. Und die Entladung war dann umso heftiger. Ich sagte ja bereits, dass es beweisbar falsch ist, dass nur Trolle ihren Unmut laut gemacht haben. Denn Creative Assembly hat sich tatsächlich entschuldigt. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und jeder, der denkt, dass sie das aus Nettigkeit getan haben, sollte wirklich mehr Warhammer Literatur lesen. Denn dieses Universum von Warhammer ist genauso wenig nett wie unsere tatsächliche Erde hier. Man hat ganz klar gemerkt, dass man ein oder mehrere Schritte zu weit gegangen ist oder war. Und da man dadurch im Bereich PR und im Umsatz starke Einbußen eingefahren hat bzw. einfahren würde oder könnte. Es ist natürlich nur richtig, dass sich die Firma bei den Spielern entschuldigt, die einem jede Ehre gemacht haben und als unprivilegierte Trolle gegen die mächtigen Hochelfen im Porzellanturm angerannt sind. Die Gamer haben also nach all den Jahren durch diesen massiven Aufschrei erreicht, dass sich eine Firma wie Creative Assembly entschuldigte und sogar kostenlose Inhalte für ihre alten Spiele verspricht. Ich spiele ja ab und an gerne Warhammer 3 und muss mir diese Inhalte auf jeden Fall mal anschauen. Wie gesagt, war ich nur am Rande beteiligt, habe das Ganze verfolgt, aber ich konnte mir ein boshaftes Schmunzeln und eine gewisse Freude über diesen Sieg nicht verkneifen. Immer mehr driftet die Spieleindustrie in eine Hollywoodartige Arroganz ab, die selbst prinzipiell den Nassismus übersteigt. Und da ist es einfach eine perverse Freude, wenn eine Firma etwas von dieser Hybris ablegen muss, auch wenn es nur für PR-Zwecke sein muss. Und das kommt in den letzten Jahren häufiger vor, da diese Firmen immer mehr in die Scha- Fehler begehen, meine ich. Ich habe Creative Assembly bzw. das, was sie geschaffen haben, immer geliebt. Habe sogar zu großen Teilen meine Leidenschaft für Geschichte von diesen verfluchten oder verfluchtollen Titeln und musste mich aus Enttäuschung von Pre-Order oder Release-Käufen distanzieren. Und jetzt kaufe ich mir eigentlich gar keinen Titel mehr und immer weniger DLCs für die Sachen, die ich schon habe, wie jetzt Total War Warhammer. Das ist wieder mal anekdotische Evidenz, aber ich behaupte einfach, dass es vielen so geht. Das Interesse und die Begeisterung sinkt durch diese Art von Geschäftspraktiken, die einen tatsächlich an dieses wieder natürliche Wesen des Warhammer-Universums glauben lassen, immer weiter. Und wer meine Videos kennt, der weiß es. Aber für alle anderen sage ich es nochmal. Ich will hier keinen Hass auf eine Firma schüren. Ich liebe diese Firma eigentlich sogar, sondern meine Meinung und meine Gedanken darüber abgeben, was ich im letzten Jahrzehnt wahrnehme und mich einfach enttäusche. Ich liebe dieses Franchise und die Spiele, die sie bringen. Und ich möchte sie modernisiert und nicht stagniert sehen, leidenschaftlich nicht arrogant, kunstvoll und nicht berechnend. Und solche Aktionen, wie sie Creative Assembly abbekommen haben, sind heutzutage leider die einzige Methode, als Konsument deutlich und prägnant zu zeigen, dass man sich auch als große Firma nicht alles erlauben kann und dass wir als Konsumenten Produkte haben wollen, die gewissen Standards nacheifern und nicht einfach aus dämonischen Einflüsterungen für immer mehr finanziellen Gewinn erdacht werden. Es ist die einzige Möglichkeit klarzumachen, dass CEOs nicht besser zu wissen haben, was ein gutes Produkt ist, als wir als individuelle Gamer und Konsumenten. Und bevor das Argument kommt, das Geld, das wir für die schlechte Qualität oder die schlechtere Qualität mehr bezahlen, kommt niemals bei den Entwicklern an. Bitte kommt aus dieser Wolke heraus. Das passiert nicht. Ich will ja lieb bleiben, aber wer das wirklich noch glaubt, der glaubt auch, dass die Endgame-Krisen von Warhammer Total War nicht nur den Spieler fokussieren. Sorry für die harten Worte. Wie immer will ich eure Meinung hören, gönnt mir und dem Algorithmus eure Kommentare. Gebt mir saures oder süßes. Daumen hoch oder runter. Wie habt ihr das Ganze empfunden? Welches ist euer Lieblings-Total War? Ab wann habt ihr vielleicht aufgehört, die Titel zu kaufen? Ab wann fandet ihr sie nicht mehr so gut? Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und verbleibe euer Ranting Omni.